Ja, das ist der dritte Teil, glaube ich, gerade von Minecraft Thorsten. Und ihr dürftet sogar jetzt irgendwo hier oben an der Seite hier, da, Manus 16, ja, dürft ihr Manus 16 da meinen, weil es ein bisschen durcheinander krass ist, ja. Ich habe einen Plünder und Zweibuch und Thorsten, der mich abzocken will, etwas, ja, ich habe ihn aber auch geschlagen, also ist das fair nur. Manu, wie viele Kühe hast du nochmal gefangen? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wie viele, was hast du nochmal, brauchst du nochmal? Also, wie viele Kühe wolltest du transportieren? Äh, nur zwei. Weil entweder ich mache mir halt jetzt sechs Stunden Arbeit für zwei. So, gut. Manu, du hast ja eine Bestellung gerade bekommen mit deinen Kühen. Ja, aber ich nehme halt gerade nicht auf, ne? Dann nehme jetzt auf. Ja, warte, warte, warte. Ich nehme gerade schon dein Bildschirm auf, also ich habe schon aufgenommen und nehme auch gerade dein Bildschirm mit auf. Ach so. Scheiße, ich wurde exposed. Hast du Holz? Ja, hier. Danke, weil ich brauche Zaun. Stimmt, könnte ich auch gebrauchen. Also, ich mache mir jetzt erstmal ein bisschen... Thorsten! Der Handel. Was ist mit Thorsten? Was macht der? Ich handle gerade mit Thorsten. Ah. Thorsten, der Händler, Digga. Let's go. Jetzt lasse ich ihn weiterschlafen. Hä, wie macht... Hä, bin ich los? Wie macht man nochmal einen Zaun? Warte, ich finde es raus. Warte. Äh, Manu. Hm? Egal. Ich wollte es dir gerade zeigen, aber... Was ist denn? Ich wollte dir gerade zeigen, wie man den Zaun macht, aber egal. Ja, ja, das ist gut, ich weiß es. Ich habe ja gesehen, wie du geguckt hast schon. Ja, ja. Ich weiß das doch alles, Max. Ich bin ja kein Noob. Jetzt sag nichts. Nichts, Max. Einfach nur leise sein. Ich habe nichts vor, was zu sagen. Doch. Du wolltest was sagen. Wann hörst du denn den Microsoft-Zauns an? Ähm, nein. Mach die mal kurz an. Okay. Und stell dich und geh in die Ecke da. Okay, ganz kurz. Ich mach kurz meine... Ich hab die jetzt auf komplett laut. Okay, gut. Auf welche... In welcher Ecke? Und dann geh da in die Ecke bei deinem Bett. Also, ich soll mich jetzt hier in die Ecke reinstellen. Oh, Junge. War das laut? Ja, ekelhaft laut. Oh, ich habe auch gerade die Aufnahme angemacht. Oh. Ich habe gerade die Aufnahme angemacht, Digga. Meine armen Zuschauer. Ich schwöre dir. Willkommen, by the way, zur dritten Folge. Von Minecraft Thorsten. Ja, Minecraft Thorsten, Digga. Okay, Max. Ja. Wir haben 41... Thorstens. ...gleich. Richtig. Hallo? So, ja. Und wir haben Blünder und Dreibuch. Cool. Ich hole mir jetzt noch ein paar Zombies. Weil... Ohne Zuckerrohrform mittlerweile sogar. Äh, eine Automatische, oder? Ne, normal. Okay. Ich baue Zuckerrohr gerade an. Ah, cool. Max, wir sind bald in der Lage, zwei Redstone weiter... Thorstens. Zwei neue... Nein, zwei neue Redstone zu besitzen. Cool. Ja. Beziehungsweise könnten wir eigentlich schon, aber... Ich... Äh... Lass... Warte, lass erst mal schlafen. Lass erst mal schlafen. Ja, lass schlafen. Äh, warte. Hä? Ganz kurz. Hast du da Zuckerrohr von mir angefangen? Mein gutes Zuckerrohr? Nein, es ist nicht... Es ist meins, das ich angebaut habe. Okay. Okay, 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 okay. Du kannst schlafen, es ist ein Monster in der Nähe. Ah, ich kann schlafen. Der Thorsten ist ja auch ein richtiges Biest. Ja. Sein Traits. Thorsten ist ein Monster. Ja, gib mir dein Robbenflash, gib mir dein... Gib mir dein Scheißflash. Hallo, gehst du von meinem Bot... Von meinem Bett weg, du klein... Gib mir mein Bett wieder. Bad Wars! Ey, ich spiel gleich wirklich mit dir Bad Wars, Digga. Okay, lass, okay, lass, lass, lass. Ich hab ein Halbherzen. Ey, gib mir mein Bett wieder. Ich hab ein Halbherzen, du gib mir mein Bett wieder. Bitteschön. Mach's nicht nochmal. Ich hoffe, das war dir in der Lehre. Junge, was hast du... Den Keller wollte ich anfangen. Hallo, geh doch nach unten. Ich hab angefangen, den Keller zu bauen. Alter. Achso, und an meine Zuschauer, ja, das sind zwei Kuh-Eier. Das magst du mir vorhin aus dem Creative Mode gegeben, weil ich keine Lust hatte, jetzt acht Stunden... Ja, darauf hat keine Bock, Thorsten. Also, ich bin halt hier hinten um den Berg rumgegangen. Nee, Thorsten hat sie ihm getradet, einfach. Ja, genau, das war Thorsten, der Allerechte. Ich bin hier hinten um den Berg rumgegangen, und da waren halt Kühe, und anstatt, dass ich halt jetzt den ganzen Berg nochmal hier rumgehe, und die ganzen... So, das hätte safe acht Stunden oder so gedauert, hat Max dann halt einfach gesagt, okay, ich geb dir die, also ich hab Max gefragt, und er hat gesagt, okay, und... Und ich hab sie von Thorsten geholt. Richtig, Thorsten ist ein Ehrenmann. Thorsten gönnt uns sowas, weißt du? Du brauchst ja auch Leder, brauchst du auch Kaninchenfell? Äh, nö, Kaninchenfell kannst du... Doch, 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 also, nimm das Kaninchenfell und tu das einfach in die Essenskiste. Wieso Essenskiste? Umso mehr Essen wir haben, umso besser ist das. Das ist doch kein Essen! Doch, doch. Du willst Kaninchenleder essen. Hä, immer. Max, da ist auch Leder drin. Also, das ist halt generell so Teardrops, weißt du? Ich nehm mir jetzt das ganze Rottenflash und suche jetzt den Villager, der mir Dings tradet. What the fuck? Tradet? Wie viele Emeralds tradet er dir? Äh, gar nix. Der tradet mit mir zwei, äh, Redstone. Oh, okay, das ist gut. Ich hab gedacht, ein Emerald. Nein. Och, geil. Also, ein Emeralds und dafür, für den einen Emerald kann ich mir halt zwei Redstone kaufen. Ja. Och, geil. Da kommt halt der Abzocker, aber scheißegal. Du geile Sau. Okay. Ich nur rennen wir meine Wortwahl. Machen wir einfach weiter. Ich bin trotzdem immer noch am verhungern. Hier und hier ist dein Kaninchenfell, was du bestellt hast. Max. Was? Hast du hier, hast du hier dieses, äh... Nein, das geht automatisch kaputt, wenn die Villager da drüber gehen. Nein, 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 hast du hier dieses Job, diesen Jobblock abgebaut? Ja. Ich hab doch gesagt, du sollst sie vom Dorf nicht abbauen. Ich hab die abgebaut, damit Thorsten nicht die ganze Zeit an dem Job gekleben bleibt. Ach so, na dann. Weil der hat, ist die ganze Zeit immer an diesen einen Teil, der hat zurückgelaufen. Wir haben Thorsten nur eine bessere Zukunft gegeben, so. Ja. Okay, warte. Oh, Zuckerrohr ist gewachsen. Max, du kannst... Max, du kannst dir auch gerne hier noch mehr Zuckerrohr rausnehmen, ne? Wirklich? Warum hat sich mein Hund umgebracht? Hund? Böse. Wenn es mich doch einmal angreift, ist es Geschichte. Ja, warte, warte, ich will gucken, ob er dich nochmal angreift. Wenn er mich angreift, ist es mit dem viel Geschichte. Max, du weißt schon, dass das selten ist, dass wir überhaupt einen Wolf mitbekommen haben, ne? Mir egal. Warte, geht er direkt auf dich los? Er geht nicht auf dich los, Max. Er geht nicht auf dich los, alles gut. Aber dafür musst du jetzt die Nacht draußen bleiben, Hund. Ja. So. Du darfst jetzt diese Nacht nur noch vor der Tür schlafen. Selbst an Schuld, Hund. Ich wollte ja eigentlich gerade ein gemütliches Zuhause machen, aber okay, dann halt eben nicht. Ach so, stimmt, ich wollte ja das, ähm, Kuhgehege gerade machen. Warte, ich brauche erstmal noch was zu essen. Ach, Junge, ich muss erstmal kurz meine Eventar lernen. So, bevor ich irgendwas anderes mache, erstmal Inventar lernen. Blöcke. So. Ich muss erstmal hier die ganzen unnötigen Blöcke wegtun. Zack. Also, ich habe jetzt zwei Plündungen, drei Bücher. Okay, ist cool. Also, für uns beide. Das heißt, ich kann Thorsten, ne, dann ist er aber wieder, Max, Neuling, hm? Ich habe hier noch ein Bett, ne, für Jürgen. Falls Jürgen irgendwann mal kommt. Weil guck, hier oben hängt ja schon sein Schild, ne, dass hier Jürgen kommt, ne, oben drüber. Wann kommt Jürgen? Viel, viel später. Thorsten ist jetzt erstmal unsere Hauptquelle. Okay. Aber für Jürgen habe ich schon mal vorgesorgt, ne? Junge, der gibt jetzt Rabatt auf Plündung, drei Buch. Ja, richtig. Ist es Jürgen, Max? Ist es Thorsten, Digga? Äh, meine ich doch. Und Jürgens bester Freund. Auch wenn Jürgen noch nicht existiert. Gut, was haben wir für die Folge vorgesehen? Vier Redstone habe ich schon. Äh, wir haben für die Folge vorgesehen, dass wir erstmal ein paar Gehege für ein paar Viecher bauen. Na? Also unter anderem die Kühe. Wir werden auch ein Schwein holen, ein ganz besonderes Schwein. Ein Schwein? Ja. Dafür, und ich, ich übergebe, Max, guck mir in die Augen, warte, oh scheiße. Guck mir in die Augen. Guck mir in meine wunderschönen beiden, zwei farbigen Augen. Wow. Very good. Ja? Guck mir in meine roten Augen. Ja. Nur ins rote, nur ins rote. Ja. Ja. Nur in das rote reingucken. So. Ich übergebe dir den Auftrag, dass du die Schwein, das Schweinegegen machen darfst. Es tut mir leid, aber ich kann nicht. Warum nicht? Du weißt ja, es gibt Truffelschweine. Ja. Ich bin im Gegensatz zu einem Truffelschwein, das ist genau das Gegenteil, ich bin Diamantschwein. Und ich rieche kalte, leckere, süße Diamanten. Hast du X-Ray, Digga? Nee, guck doch in meinen Stream, Junge. Ja, ich weiß, aber irgendwie befürchte ich, dass du zwischendurch manchmal so ein bisschen X-Ray anfangen darfst. Ich rieche Diamanten. Ey, Digga, ich schwöre dir, der hat safe so X-Ray. Ja, guck mal, wie der sich hier direkt straight runterbaut, Digga. Ja, jetzt sind wir am Arsch, ne? Wieso? Junge, du kannst doch auch in meine Aufnahme gucken. Ich schwöre dir, du hast safe X-Ray, ne? Guck, dann guck doch einfach in meinen scheiß Aufnahmeteil. Ja, ich seh's doch, ich seh's doch. Wenn ihr hier jetzt wirklich Dings sind, wenn ihr hier jetzt wirklich Diamanten sind... Dann bin ich krass. Nein, dann sind... Dann hast du safe X-Ray. Junge, ich kill dich gleich, ich muss hier Diamanten suchen, du musst was anderes machen. Was denn? Du musst das Schweine-Gege bauen, dich um Schweine kümmern. Dich um deine Kühe kümmern! Scheiße, ich hab vollkackt. Wieso schwimmst du nicht oben und was? Ja, du klaust mir mein Wasser, ne? Ich hab Wasser dabei! Ja, ja, safe. Hi. Ich hab einfach in meine Aufnahme. Guck, ich hab hier immer Wasser. Ja, stimmt für dich. Junge, du lässt mich gleich hier ertrinken. Ja, ich weiß. Guck, jetzt darfst du wieder Luft tun, jetzt aber wieder nicht. Ich mach das so schlecht, ne? Ja! Junge, ich erstick hier! Ja, passt schon. Jetzt beschwere dich mal nicht, ne? Ich bin tot. Nein, bist du nicht. Ich krieg Schaden, ich erstick grad. Nein, machst du nicht. Dann komm einfach nach oben, mein Freund. Hast du es geschafft? Ja. So, Wasser fließt ab. Bitteschön. Max, einfach kurz fast umgebracht. Scheiße. Wo ist unser Dorf? Ne, doch nicht. Nase! Schnüffel, schüffel, schüffel. Max, hier ist ein Wald! Hier ist ein Wald! Ja, sogar mit einer Kuh! Äh, hast du eine Axt dabei? Nein. Achso, und hier ist wieder ein Bienen-Dings, ne? Ich hab Kohle gefunden. Cool. Never dig straight down, erste Regel in Minecraft, never dig straight down. Was? Regel Nummer eins in Minecraft ist, never dig straight down. Ja, das ist richtig, weil sonst kriegst du irgendwann in Lava. Was mach ich gerade? Nicht nach unten bauen. Gerade, wenn du mit dem Boss um dich rum. Ne, ich brauch gerade die Kohle ab. Ja. Äh, wo war nochmal unser Dorf? Dann mach einfach was. Dann bring dich einfach um, dann findest du den Weg schon zurück. Ah, ich hab's. Ich hab Kupfer gefunden, ne? Oha, hä? Max, du hast hier immer noch dein Maultier eingesperrt, ne? Ich weiß, ich hab noch keinen Sattel. Oh, scheiße. Es geht auch keinen Weg raus bis jetzt. Junge, ich hab ein riesiges Kupfervorkommen gefunden. Hat Max nicht gesehen. Ich guck die ganze Zeit auf deinen Stream. Was hab ich gemacht? Du hast fast mal einen Esel ersoffen. Ach nein, der ist nur fast rausgeschwommen. Hast du mal kurz einen Slap gegeben? Hä? Verpiss dich! Achso, das ist unser Lieblingswilch. Ahaha! Hallo? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ah! Verpiss dich! Ich hab ne Höhle gefunden. Max, mach ne Eisentür. Ne, sorry. WaterMLG. WaterMLG mich jetzt da runter. Das waren Dias. Max, hast du wirklich das ganze Eisen genommen? Junge, was für das ganze Eisen? Geh aus meinem Zeug raus. Ich hab das ganze Eisen bitte gemacht! Hä, ja und? Ich hab das ganze Eisen gefarmt. Wir spielen zusammen, Max. Wir spielen zusammen. Also darf ich mir daraus doch wohl auch Zeug machen? Nein, darfst du nicht. Wenn man diesen Mega WaterMLG... Kommt. Ich glaub, du fällst. Wieso denkst du, ich feile? Hä? Wenn du immer fällst. E. Ich werde nicht fällen. Nein, du doch nicht. Ich kann... So! Ach, scheiße. Ich muss was essen. Ich mach jetzt erst mal das... Kugeljäger. So. Eben, mal bitte kurz die Presse. Danke. Ey! 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 Lava-Sea gefunden. Schön für den Lava-Sea. WaterMLG. Nein! Du hast verkackt. Ist das Wasser? Oh, Junge, du vollidiot. So. Das ist ab jetzt unser tolles Kugeljäger. Oh, scheiße. Ich hab so verkackt. Nein, never digs you down. Oh, no. Never digs you down. Diaz! Alter, du hast... Ey. Ich schwöre dir, ich guck beim... Als ob das nur ein Dia war. Beim Cutten, wenn ich das... Falls ich das cutte, guck ich mir safe nochmal an, ob du wirklich nicht gecheatet hast. Ich vertraue dir da nicht. Really? Du bist so ein Typ, der cheatet. Alter. Weißt du, und das sag ich, nachdem ich mir von dir einfach mal was cheaten haben lassen habe. Ja. Aber das zählt ja nicht. Ist auch nicht in der Aufnahme drin. Ah. Ich hab's auch nicht in meiner Aufnahme nochmal extra erklärt. Ja, doch. Hab einfach mein Video an der Stelle posiert. By the way, warum geht immer meine Axt kaputt? Meine Axt hat irgendwelche psychischen Probleme. Aber ich hab wirklich nur ein Dia gefunden. Digga, ein Dia ist trotzdem voll viel. Für dich vielleicht. Max, guck dir mal an, in welcher... Äh, Lage wir uns gerade befinden. Wir sind am Anfang von... Ich bin auf der Höhe 2. Höhe minus... Ich bin aber auf die Höhe minus 12. Hä? Ich hab schon wieder das... Ich hab schon wieder noch ein Bett. Hey, what the fuck, woher kommen die die ganze Zeit? Scheiße. Wo die ganzen Betten herkommen, fragst du dich? Ja. Spawnst du die bei mir, oder what the fuck? Nee, ich spawn die nicht. Sicher. Nee, ich spawn die auf jeden Fall schon mal nicht. Nein. Du würdest das niemals machen, ne? Nee, ich würd niemals Betten spawnen. Weil ich das nicht kann. Ja. Hier ist nicht die Rede von Spawn, Max. Als ob hier nur noch eine blaue Blume ist. Meinst du damit die Kornblumen? Diese ganz normalen blauen, ja. Also diese hier Dings, diese Kornblumen, ja. Minus 31, perfekte Dias, die hat meine Höhe. Max. Nee, ich lebe noch ein bisschen weiter runter, was? Ja, die Kornblumen, die meine ich. Ja. Davon... Die will ich halt hier für das Hundebett, weißt du? Ich hab 15 Stück davon. Alter. Ja, sammle ich aber und hab dir auch gesagt, nicht die Kornblumen. Ich habe seit 50 Folgen gefragt, ob du mir, äh, ob du welche hast. Ob du diese blaue Farbe hast. Hab ich in der letzten Folge gefragt. Du hast gesagt, hm, nein, ich hab keine blaue Farbe. Das ist hellblau erstens. Und zweitens, das sind meine. Ja, ja. Schnell Hund, komm rein. Hallo. Wie heißt der Hund überhaupt? Ja, geh doch... Hallo Hund. Hund, komm doch rein. Brudi? Ja, keine Ahnung. Dem Hund geht's nicht gut. Der will nicht auf sein Körbchen. Also auf welcher Höhe bin ich jetzt nochmal? Minus 39, ich kann doch noch ein bisschen weiter runter. Alter. Bruni. Geh einfach aufs Körbchen. Ja, das sind dieselben Probleme wie beim Armenhund. Deswegen heißt der ja auch so. Geht nie aufs Körbchen. Geht nie in ihr Körbchen. Okay, Bruni. Okay, okay, okay. Ähm. Existiert noch Holz in diesem Haus? Nein. Nope. Dann werde ich jetzt ein neues Holz besuchen. Magst du ein Enderman? Wirklich? Ja, hier, guck. Nice, cool. Soll ich den angucken? Wenn du blöd bist, ja. Ich hab ihn angeguckt. Du hast mir das zu spät gesagt. Nicht mal mit dem Boot kämpft er gegen den Enderman. Halt's mal, ich hab halt kein Boot. Oh scheiße. Du kleiner. Ich seh's doch in deinem scheiß Inventar. Ach so, Loll. Nee, über deine Axt. Guck, jetzt kann er dich auch nicht mehr angreifen. Ja, ich weiß. Kürten, springen und aufladen dabei. So, wohnst du fast jedes Tier. Anstatt, dass du mich mal kurz in Ruhe lässt. Ich will ganz normalen Enderman zusammenschlagen, ja? Ich will sein Leben nicht kurz gestalten. Ich will sein Leben fahlvoll und lang gestalten, weißt du? Ich glaub, Höhe 64 war's. Oder ist das das Maximum? Nee, 64 ist die perfekte Dia-Höhe mittlerweile. Schön für die Dia-Höhe. Wo war jetzt nochmal der Baum? Der weiße Baum? Auf der anderen Seite noch. Ich hab Betrug gefunden. Dann bau's ab. Guter Scherz. Ja, der war lustig, ne? Ja, wo ist denn der weiße Baum? Hier ist ja einer Baum. Was für ein weißer Baum? Der eine weiße Baum mit den Bienen dran. Keine Ahnung, wo der ist. Geil, Orientierungssinn gleich null. Ah, hier ist wenigstens der Wald. Den hab ich jetzt. Ah, da ist der weiße Baum. Äh, cheated. Nichts, nicht, nichts. Ja, ja, ja. Max, was hast du dir jetzt entcheatet? Ich hab nichts geteatet, Junge. Junge, doch. Ich glaube dir nicht. Was hab ich mir denn geteatet, hä? Alles. Vielleicht die Plündung, drei Bücher, die ich von unserem Händler des Vertrauens gekauft habe. Geh schlafen. Das Papier. Nee, ich bin hier unten in der Mine. Ich hab kein Bett dabei. Du musst schlafen. Ich hab kein Scheiß-Bett dabei. Du musst schlafen. Wieso? Weil du jetzt schlafen gehen musst. Ich will jetzt aber nicht schlafen gehen. Ach so, stimmt. Du hast kurz X-Ray aktiviert, ne? Nein. Nein. Wieso unterstellst du mir sowas? Max, weil du so ein Typ bist, der sowas macht. Nein, bin ich nicht. Nicht in einem normalen Projekt mit uns. Manhunt! Ja gut, da zieht sich's unterbrochen. Niemand kann mich aufhalten. X-Ray, Fly, Speedboost, alles ist drin. Bei Manhunt, wenn ich mit Freunden zocke, aber... Oh, wow, es ist hart. Ne Höhle! Höhle, Höhle, Höhle. Ich seh schon fünf Creeper, ey. Kontrollierte Sprengung! Max, dein Esel. Ich weiß, ich liebe... ...den. Oh, cool. Ja, dann hol ihn mal. Ich hab keinen Sattel. Ja, und? Dann such einen. Oder er cheatet dir doch einen. Lava. Ich werd mir hier keinen Sattel cheaten, Digga. Ich cheate nicht. Du nicht, ne, ne, ne. Da ist der Wald. Wer konnte schon alles sehen, wie ich gerade die Lava wegspiele? Jeder. Oh, scheiße. Ich saß auch schon, wie ich einfach den Lava... Max, nimm mal den Lava einmal mit, wegen unendlicher Koppelsohnfarben. ...unendliche Lava-Quelle, meinst du? Unendliche Koppelsohnfarben. Ne, ich mach nur eine unendliche Lava-Quelle daraus. Und daraus machen wir dann auch eine unendliche Koppelsohn? Ja. Können wir gern machen. Aber wie geht bitte schon eine unendliche Lava-Quelle? Äh, mit diesen Kord... Mit Kordrins und den Teilen da. Ja, aber Max, wenn du es mir so erklärst, dann... Es gibt Kordrins und diese Stalagniten. Wenn du über die Stalagniten diese Blöcke platzierst, der einzige Grund, wo... Das einzige, wo die dran platziert werden können, dann tropft der Lava runter und der Kreuzchen füllt sich langsam. Okay. Auch genannt, eine unendliche Lava-Quelle... Dias! Ey, ich höre dir wirklich, du cheatest, ne? Nein, ich cheat nicht! Wie viele? Ich sehe ein. Zwei. Das sag mir nicht. Drei! Max? Eins. Max? Zwei. Drei. Vier! Max. Was? Hast du noch zwei Eisen? Äh, ein Eisen nur noch. Ah, schade, weil dann würde ich mir eine Schere machen. Wieso brauchst du eine Schere? Äh, wegen... Erstens Schafe, damit wir da auch Wolle haben. Dann würde ich noch Schafe in den Gehirn reinmachen. Köpfen? Nein. Bringt uns vielleicht, wenn wir eh erstens Probleme. Aber ich hab ne Schere noch. Achso, ja, geil. Weil, ich mein, Blätter. Auch. Ja, dafür okay, gut. Also auch Verzierung und so. Oh, Apfel. Ich hab mir die eigentlich nur gemacht, um die Lichtleeren mitzuholen. Okay. Ich mag's, wenn wir... Wenn du Redstorm findest, bring das bitte sofort mit. Dann kann ich ne automatische Weizenfahrung machen. Wir müssen die zwar immer nachladen, aber... Das ist Weizen neu anpflanzen, aber... Gut, also wenn du jetzt... Ich hab Weizen gefunden. Oh, geil. Also bring bitte alles mit so mit, dass du siehst. Ja, okay, gut. Weil dann haben wir auch nicht mehr so das Essensproblem. Okay. Okay. Nochmal Redstone. Ja. Ich werde jetzt die drei Echse benutzen, die ich mir gecraftet hab. What the fuck, wieso hast du die Echse gecraftet dauer? Wegen Holz. Also nur drei. Alles gut. Brauchen wir weißes Holz? Also Birke? Aber wir Birkenholz brauchen. Ja. Birke sieht scheiße aus. Und ist gleich ne Flamme, also ich würde sagen nein. Okay. Aber umgecraftet in Birkenplank sieht das eigentlich ganz gut aus. Wenn man so ne Ridge Villa macht. Das ist dann ja so hell und so, weißt du? Äh, ich hab Silberfische gefunden, ne? Ich höre dir, wenn du jetzt beim Endportal bist. Ne, das kann ja gar nicht nah am Spawn dran sein. Was für nah am Spawn, Digga? Wir sind safe schon 500 Blöcke getraveled. Mehr als 1000 safe. Ja, es muss glaube ich irgendwie so 1500 Blöcke weg sein vom Spawn. Also hier sind ganz viele Silberfische. Ja, aber die können ja nur im Endportalraum spawnen oder mit den Silberfischblöcken. Ja, hier sind Silberfischblöcke. Okay. Ist hier irgendwo der Stronghold? Nein. Wieso? Das kann doch gut sein, oder? Nein, weil, äh, im Stronghold ist ja kein Loch, wo die rauskommen. Also halt außer die Tür. Ja, aber aus Blöcken, die Silberfischblöcke sind das. Ja. Ja, und die findet man doch auch nur im Stronghold. Nein. Wurde ich nicht? Ja. Ich hab gedacht, die findet man eh nur im Stronghold. Ne, meines Wissens nach können die überall sein. Das ist jetzt aber auch schon ein bisschen her, dein Wissen. Ja. Das kann gar nicht auf einer Höhe von minus 49 sein, oder? Mh, dann theoretisch schon, der kann ja überall sein. Ich glaub ja nicht, aber okay. Ich hör deinen Geflüster, Max. Ja, ich weiß. Kies hab ich hier noch? Hab ich hier sonst noch irgendwelche coolen Sachen? Und mit der Schere kann ich hier noch ein paar Learen abbauen? Wozu brauchst du die an? Das sind so Leuchtleeren, die sehen cool aus. Ach so. Ich kann mit der Schere abbauen. Die ist noch hell. Ich hab Redstone gefunden. Yay. Ich weiß ja, wie doll du Redstone magst, Mann. Dann müssen wir nicht wieder unendlich viele Zombies killen. Einfach Zombies anbauen. Ja, aber trotzdem. Ich weiß, wie ich das meine mag. Müssen wir nicht wieder 32 Rottenflash sammeln für zwei Redstone. Und ich komm zurück. Yay. Ich brauch aber auch nicht viele Redstone. Thorsten! Ich brauch ein paar Repeater und halt Dirt zum Großteil. Äh, gut, ich bin zurück von meiner Farming-Tour. Ja, ich glaub aber Dirt zu farmen, das wird das Schwerste daran. Weil Dirt ist halt echt selten so ne? Ja. Ich hab bis jetzt auch kaum Dirt gefunden. Das ist selten. Ich hab sieben Dirt. Nur? Ja. Da hast du ja fast schon mehr Dias. Ist halt wirklich so. Oh. Oh, als ob ich daran nicht sterbe, Digga. Wo bist du denn? Ich will, äh, ich bin in diesem Wald. Den ich gefunden hab. Ne, bei deinem, äh, Mining-Eingang. Okay. Ja. Und jetzt will ich mich halt eben auch genau dort umbringen. Wieso willst du dich umbringen? Damit ich wieder zurückkomme. Das Leben hat auch was... Oh, ich falle genau ins Wasser. Alter. Nein, das Leben ist scheiße, wenn man Minecraft spielt. Okay. Und jetzt fragt nicht nach Gründen. Ich kann dir viele Gründe nennen. Och, geil. Du hättest auch einfach, weißt du, wie es schneller ging, wär? Wie? Wenn du einfach in mein Loch gesprungen wärst. Ja, nee. Das wär zu weit gelaufen. Also, das ist schon ein bisschen weg, ne, vom Loch. Sieht auch nicht so nah. Achso, ich hab ein Ender... Ne, ein Enderpöle, ne? Ups, ich hab was komplett vergessen. Was? Das Cord wieder aufzumachen, damit man sein Bildschirm sieht. Oh, Junge. Hat man da jetzt die ganze Zeit nur so einen normalen Monitor gesehen? Oh, Junge. Nein. Man hat mich gesehen. Doppelt. Wow. Cool. Was macht der da da? Junge. Ich sag doch, wir brauchen eine Eisentür. Ja, dann kommen wir aber auch nicht rein. Doch, doch. Ich würde schon dreißen. Alter. Das ist mein Bild. Ich werde dreißen, weil ich in diese Tür renne. Ich schlachte den, ne? Aber das ist halt der gute. Der Redstone-Typ. Junge, ich hab über... Einsteck... Ich hab... Einsteck Redstone dabei. Hallo. Verpiss dich. Ich hab einsteck Redstone. Aber das Gute ist, der Tür hat eben auch Enderperlen. Ja, ich weiß. Wollen wir den oben einsperren? Nee. Den kann man easy neu machen. Und mit besten Trades auch noch. Es wäre sinnvoller, ihn einfach... Ich behalte ihn jetzt. ... den Kopf kürzer zu machen. Wir können ihm ja später so oder so einen neuen Job geben. Also einfach nur behalten. Ich möchte ihn aber nicht... Der kommt aber nicht zu mir hoch. Doch, doch, doch. Nee, nee, nee. Doch, doch, doch. Da ist mir für Joachim und Thorsten Platz. Ja, und ist das nicht Joachim? Das ist Hubert. Hubert. Und wo kommt Hubert hin? Soll Hubert in den Keller? Hubert kommt sowas von in den Lavakeller. Irgendwann muss er auch die Lavaproduktion beaufsichtigen. Also, das hier ist jetzt Hubert. Und Hubert kommt dann später in den Keller. Ja. Zur Lavabesichtigung. So. Und zum Bau des Endportals. Der erforscht das Endportal da unten. Der wird forscht einfach. Endportal in den Keller? Ja, ich hab vor, das Endportal zu erforschen. So ein kleines Labor noch aufbauen. Endportal? Ja. Du meinst Netherportal? Nein, Endportal. Wie willst du da bitte stehen? Endportal? Naja, egal. Egal, ich brauch gar nicht. Nee, als Erforschung. Zum Forschen, rumexperimentieren. Dass wir da so ein Teleportstreik zum Endportal dann bauen auch. Okay, cool. Das wird cool. Also, das Ding sitzt jetzt daneben dran, na? Ja. In der Ecke. In der Ecke. Hab ich gesehen. Ganz entspannt. Schilder sein Leben. Schilder sein Leben. Dass es bald zu Ende sein wird. Hm, so schnell auch nicht. Nicht so negativ denken, Max. Also, wenn du mich suchst, ich bin oben. Und was machst du? Oh, Ben. Und ich weiß den Schatten. Okay. Was machst du da? Weiß ich nicht, das ist das Eingangs-Store. Sieht aber echt kacke aus. Ich hab kurz gesagt, du willst ein Endportal mit den Blöcken bauen. Äh, Neverportal. Ja, du versprichst dich heute oft. Nee, ich meinte wirklich Endportal vorhin. Ja. Das ist kacke, Max. So, warte. Wenn ich jetzt so mache, warte, dann mache ich hier so, so. Und dann mache ich hier so, 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 so. Das hier wird dann unser Eingangs-Tor. Aufstehen, du bist arbeitslos. Wir müssen pennen gehen. Ja, okay, warte. Ich mach, by the way, grad die Mauer, ne? Ich guck deinen Stream grad noch. Hm. Was macht der da? Der macht was? Äh, der Neue? Der hat irgendwelche komischen Partikel von sich abgegeben. Mhm. Beim Hund. Äh, was? Max, warum willst du den abbauen? Thorsten hat er doch gerade so schöne Trades. Ich hab die Trades fertig mit dem. Hm. Komplett? Ich hab, mein, ich hab das, was ich wollte, schon erreicht. Es mag, es kann sein, dass du später nochmal, äh, farmen musst, ne? Bruder, du hast nicht mal, du bist arbeitslos. Ach, scheißdrecks Creeper, verpiss dich doch. Nein! Du Opferkind, Digga. Junge, du, das darfst du doch nicht tun. Wer hat was gemacht? Du hast grad den Creeper hochgehen lassen. Hä? Ich hab gar nichts gemacht. Der Creeper ist von alleine hochgegangen. Wo haben wir noch ein Laserpult? Ich glaub, wir haben gar kein Laserpult. Hatten wir überhaupt mal eins? Ja, ich hab hier zwei, aber. Wegen den Jobs. Ich will noch ein bisschen dörd. Das seltenste Objekt. Komm, Tja, was ist jetzt? Ich nehm jetzt einfach mal für ne kurze Zeit den Job weg. Bis du's checkst. Es tut mir leid, aber. Du bist jetzt ein Arbeitsloser. Oh nein. Junge, woher hat er seinen scheiß Job noch? Er ist einfach der Auserwählter. Bruder, ist er halt wirklich. Der, ich hab seinen Arbeitsplatz abgebaut, er hat ihn trotzdem noch. Er ist der magische Mensch. Warte, was, wenn ich... Ja, was mach ich hier? Job hier gehen würde. Nein. Er hat doch was. Joko, wie... Wem ist der fucking Job? So. Ich glaub, Thomas ist verpackt. Ja, warum? Er will seinen Job nicht mehr abgeben. Nein, er mag einfach seinen Job. Ich hab ihn abgebaut, er müsste ihn ändern. Dann hat er woanders seinen Job. Nee, den kann er ja eigentlich gar nicht haben. Vielleicht hat er woanders einen Job angenommen, hm? Dann würde er betrügen und das wär... Egal, los. Ja. Ich muss das eh schon mal anfangen mit meinem Dripstone. Okay. Ich brauch dich hier. Warte, ich mach erst mal ne zwei... Dann brauch ich dich hier. ...blöcke hohe Mauer, okay. Ja, wir warten jetzt einfach mal so einen Tag lang. Hä, was mach ich hier, doll? 1, 2, 3, dann ist hier wieder Dings. Ein wandelnder Händler ist bei uns. Oh, cool. Mit seinen... Manu. Ja. Er ist einfach auf dem Nautilus Schild. Geil. Sicher, dass du die haben willst, Moix? Ja, hab schon gekauft. Okay, jetzt schuldig. Und jetzt nimmst du seine Lamas. Die Leinen. Achso, stimmt. Lol, die geben mir Leinen. Ja, die geben Leinen. Jungs, wo sind eure fucking Leinen? Hab's die denn? Wo sind diese fucking Leinen, Digga? Hör auf, mich so abzufangen, die scheiße Lamas. Ach so, scheiße. Was denn? Ja, nee, ich hab... Leder! Die geben auch Leder, die Lamas. Ja, ja, klar. Gut, also ich hab jetzt... Ich hab die Mauer hier nur falsch platziert. Deswegen. Also, ich bin zu weit raus. 3, 1, 2, 1, 2, 3... Ey, wo sind diese scheiße Leinen jetzt? Ah, ich hab zwei Leinen bekommen jetzt. 1, 2, 3... Okay, cool. Ich hab... Wir haben nicht genug Eisen. Wofür? Cauldron. Oh. Max, warum ist hier ein Bett? Bett was? Alter. Ich schwöre dir, der ist so... We'll play Bett was. Ja, ich bin Bettwurstig, weil ich gut in dem Game bin. Fortnite Victory Warrior, yes, I better get down, get down, get down, get down. Ja. Ich baue jetzt einfach einen Count dahin, okay? Okay. Du weißt aber noch nicht, wer warst du da? Nö, für was? Wirst du noch erfahren. Alter. 3, okay. Digga, ich bin schon wieder viel zu weit raus. Mit der Mauer. Kann sein, dass du nochmal diese Dings, diese schwarzen Steine hier, nochmal neu fahren musst. Wieso das denn? Äh, weil ich vielleicht ein paar zu wenige hab. Ja, dann müsstest du aber erstmal runtergehen. Stimmt, ich muss ja eh Eisen fahren, also. Ja, deswegen. Bring mir welche mit, mein Arbeiter. Wo bin ich bitte dein Arbeiter? Immer und überall. Niemals in, nirgendwo. Immer und überall. 2, 3, 1. Kannst du mal kurz nach Thomas gucken? Nein, kann ich grad nicht. Wieso nicht? Und es heißt Thorsten, Max. Oh, tut mir leid. Das tut mir wirklich jetzt leid. Kannst du bitte kurz nach Thorsten gucken? Äh, warte kurz. Kann ich machen? Ich brauch nur noch kurz eine Sekunde. Und weißt du, was ich jetzt endlich machen kann? Was? Ja, komm. Komm, komm, komm. Oh, stimmt. Hast du einen Zaun? Ja. Äh, hier ist ein Gehege, Max. Trotzdem, ich kann in deiner Fels bin. Ich will, dass er Freilauf hat. Äh. Ja, du kannst ihn ja hier dran machen, hier an das Stück. Okay, gut, er soll jetzt eigentlich nicht da rumlaufen können, außerhalb des Geheges. Kann er ja dann auch. So, er ist dran. Dann hier kommt dann die dritte, die dritte, die dritte. Gut, ich gehe jetzt Eisenfarmen. Okay, tu das. Ich lehre noch kurz oben an dem Hinterhaus. Thorsten hat immer noch seinen Job. Ach, Digger. Wie sehr willst du dich verbauen? Ja, okay, let's go. Und jetzt ist mir aus, oder ob ich meine Nautilus schnell hin? Gut. Guck einfach zwischendurch einfach ein paar Mal nach, okay? Nach was? Wegen Thorsten und seinem Job. Ich gehe jetzt meinen. Okay, grüßt den Spaß. Die Höhle habe ich komplett ausgelootet schon da. Da ist... Ah, hier! Hier geht's rein. Was habe ich hier gefunden? Na? Etwa... Leuchtflechte? Max, wir haben zu wenig Cobblestone. Junge, was? Ich habe noch ein Stack Cobblestone... ...in dieser Kiste gelagert. Darf ich mir den nehmen? Hm, ich nehme den einfach schon. Das ist Tuffstein, Digger. Oh. Kommst du aus oben in meiner Kiste? Darf ich mir den nehmen? Oh! Junge, nein, 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 nein. Warum machst du das bei uns rein? Weil der Eimer... Nicht zu bauen! Das war unsere einzige Laberquelle, Junge. Herr, ja, und? Jetzt hilfst du dran schuld. Und wo ist hier Cobblestone? Da habe ich kein Cobblestone. Nein, da ist kein Cobblestone. Das tut mir leid. Ich habe wirklich gedacht, hier Cobblestone. Oder hast du das wieder in irgendeine random Kiste reingeballert? Das kann gut sein. Nein, hey, wir haben gar keinen Cobblestone mehr. Dieser Tod so. Ja, wow, Max, wie lustig und wie unterhaltsam du doch bist. Ist halt wirklich so. Es ist irgendwie sehr unterhaltsam sogar. Nein, ist es nicht. Doch. Nein. Sogar sehr. Nein, ist es nicht. Ich habe sogar Tränen in den Augen. Verlachen. Nein, hast du nicht. Nein, hast du nicht. Junge, ich sehe dir jetzt ein Foto. 3, 4, 5. Ich will kein Foto von dir, wie du weinst. Okay. Wir haben wirklich Tränen in den Augen. Ich habe verlachen. 3, 1, 2. Ich kann dir sagen, wo du dieses Zeug finden kannst. Nein. 1, 2, 3. So, das war es jetzt. Jetzt habe ich nichts mehr. Ich lasse mich eigentlich kommen jetzt schon wieder ablenken, oder? Und was? Eigentlich wollte ich hier Eisen holen. Ja. Jetzt weinst du wieder vorlachen, weil ich fast... Ja, und ich habe Kupfer geholt. Hä? What the fuck? Bist du dumm? Ah! Kupfer? Ich bin fast tot. Mach doch Lava, Emelie. Nee, nicht deswegen kriege ich Schaden. Ja, aber... Ich bin auf so einem Teil gelandet. Hä, ja, und dann... Ja, deswegen sag ich doch, mach doch Lava, Emelie. Lava macht aber nochmal Schaden. Na. Und ich kriege trotzdem Schaden von dem Teil. Ja, und? Weil es ist ja kein Fallschaden, sondern es ist Schaden, weil ich auf diese Spitze getreten bin. Hä, ja, und? Die sind wie Spikes, perfekt zum Fallen bauen. Hä, ja, und? Du wirst aber keine Falle gegen mich bauen jetzt, oder? Na, nicht doch nicht. Denk dran, ich hab zwei Monate geguckt, dauerhaft auf deinen Stream. Du machst gerade Eichenholzzäune. Das ist richtig. Ja, jetzt gehst du raus. Hast einen falsch platziert aus Versehen, baust ihn wieder ab. Du siehst, oh, ein Zuckerrohr von mir ist gewachsen. Hast du kurz abgebrochen, baust ihn wieder ab. Du musst parallel noch weiterspielen. Mach ich doch. Nein, machst du nicht. Ich komm hier nur grad nicht weiter. Du baust gerade Sachen ab. Joge, wieso hab ich hier keinen Platz, ey? Scheiße, jetzt komm ich hier nie wieder raus. Warte, ich hol noch, äh, so ein Dings, weißt du? Ja, geil. Ich hab Licht gefunden. Heißt, entweder haben wir da Lava? Ich nehm so ein Schwein, Schweinchen-Rosa-Teppich. Piggy-Rosa? Schweinchen-Rosa? Alter, wie macht man einen scheiß Teppich? Äh, drei Wolle. Drei Wolle untereinander. Really? Rosa-Teppich, ja? Was? Ich will einen ganz normalen Teppich machen. Ja, einfach drei Wolle. Drei Wolle. Zwei Wolle. Tut mir leid. Junge. Jetzt, ich bin Genie oder was? Ja. Ich bin, bin ich zwar auch fast, aber egal. Das war ein Spaß. Ich weiß. Jetzt kickt Max Depression. Nee. Keine Lust, ne? Zu anstrengend. Ich hab keinen Bock auf Depression. Ey, darf ich hier auch Hühner reinmachen? Nein! Okay, Max, es wird aber Zeit. Guck, 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 guck. Du musst jetzt zugucken. So. Du musst gucken. Berthard! Und Gronhilda. Nein. Doch, genau so heißen die. So, aber was mach ich jetzt hier als Eingangstor? Soll ich da irgendwas mit Redstone machen? Weißt du so ein Eingangs-Redstone-Tor? Wie viele? Ich hab zehn Kupfer. Also kommst du jetzt eigentlich auch mal mit meinem Redstone, Max? Hä? Dein Redstone hab ich oben in die Kiste gelegt. Oben, bei dir in die Kiste, really? Oder unten bei dir in deine Kiste. Nein. Also bleiben. Fast ein Stack. Danke. Oh. 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 Oh, Max. Was? Das ist aber verdammt. Lass mein TNT in Ruhe! Max, sortier deine Sachen bitte unten auch mit ein. Nein, das ist mein privates Zeug. Da lag ich mein TNT. Nein, ich mein die ganzen Erze und sowas, weißt du? Oh mein Gott, die Höhle, die muss ich... Ich muss es tun. Max, nein. Du gehst jetzt nicht in Creative. Nein. Guck dir an, wie cool die Höhle ist. Die hat hier oben so eine... Auf... Auf eine Luke. Ich hab hier den Spawnpunkt gesetzt. Damit ich hier wieder runterfinde. Wenn du stoppst, wirst du genau da wieder gespawnt, ne? Nee, dann spawn ich bei meinem Bett. Wenn mein Bett blockiert wird, dann... Also heißt das, warte, 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 wenn ich jetzt dein Bett abbaue. Geh in den Creative Modus und schlag dich tot. Nein, ich werde mich vorher lieben. Dann bann ich dich. Nein, das darfst du, das kannst du gar nicht. Max. Max, 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 Max,o. Hallo, hörst du auf? Du hast gesagt, ich kann dich nicht spannen. Ja, das sagte ich eins. Aber dieser Meinung bin ich nun nicht mehr. Max? Ja. ja wenn ich dafür die nötigen redstone sachen hätte ich hab dir einst der kurzen geliefert wie macht man noch mal so wie heißt das noch mal so dieses wort stehen keine ahnung wie das heißt aber du weißt was ich meine ja wie macht man das nun mal jetzt muss ich wieder google ich google einfach auf dem handy kein bock jetzt irgendwie browser aufzumachen okay mine kraft ja ist das teil wird so kompletter danke ach so nein nein nicht das ich meinte diesen rock der watcht also der der halt so ich brachte hier mein eisen hast du dein handy grad bei dir nein wieso weil wir müssen dafür ins nether wir brauchen quarts max okay ja das heißt let's go into the nether jo dafür brauchen wir aber erstmal mal eine lava farm weil wir hier kein lava sie in der nähe haben ja und weil wir auch zu faul sind irgendwo anders hin zu gehen oder ja schon warte ich nehme mal kurz das bild minecraft redstone repeater brauche ich auch noch repeater ein eis nur noch okay gut wir haben alles okay okay ein repeater kann ich jetzt auch machen ein kessel oh hi okay das stelle ich hier hin was willst du machen ich brauche jetzt die lava farm okay findest du die mauer übrigens schön ja kann ich kannst du mir gleich den koppelstern geben und den schwarzen stein klar kann ich ah mal kurz jetzt noch damn guck du siehst es tropft hier runter ja ach so ist hast du da oben jetzt die lava reingemacht ja aber es darf nur eins sein so so guck jetzt tropft es hier runter ja und jetzt müssen wir warten und jetzt füllt sich das auf und dann kannst du das mit einer flasche ne dann kann ich das mit einem eimer rausholen ach so und hä das ist ja voll unproduktiv aber du kriegst so unendlich lava ich weiß und da unten ist nur so ein strich ne das sind nur die pixels das dauert ein bisschen ja okay das dauert ein bisschen okay aber was ist wenn wir jetzt mehrere davon baut keine ahnung irgendwas ist es produktiver meine ich doch ja ja hättest du lust mit mir also hättest du lust jetzt alleine obsidian farm zu gehen während das nicht hier weiterbaue nein warum denn nicht warum denn nicht woher soll ich die la... du arsch wieso hast du das jetzt gemacht weil ich nur gucken wollte ich suche mal oh bist du jetzt bockig ja ja jürgen alter du spaß ich schwöre dir jürgen wie ist thorsten hier rausgekommen ich hasse dich ne wieso weil du wieder unten die scheiß lava trap hingemacht hast aber jetzt alter wie ist thorsten rausgekommen weiß ich nicht frag mich doch nicht alter diese blöde scheiß lava trap ne ich pack die weg okay ja mach doch sonst lass ich wasser drüber laufen nein 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 Junge ey Junge ich musste irgendwo das wasser hinkriegen irgendwo muss doch das wasser weg jetzt ich hab's jetzt du weißt schon dass wenn hier irgendwas gewesen wäre dass du das hättest weg schwimmen äh schwimmen könne pff was für ja nichts was für ach diese jugend von heute ich schwörs dir nur noch schlimm und ignorant Max wohin gehst du hm weisenfarm du wolltest mir doch noch deinen cobblestone geben und den blackstone dings Alter so kleiner Spaß ne gib mir doch einfach deinen es heißt cobblestone warte kurz ja was du sollst mir deinen cobblestone geben ok gut gib mir dann gib mir deinen cobblestone äh bist du sicher dass du mich schlagen willst nein soll ich dir mal was zeigen hm mach mal dein schild da weg was denn was willst du mir zeigen mein schwert siehst du es hast du du hast nicht sowas ich hab das hier dafür hm oh scheiße was ist da drauf plünderung 3 äh gib mir mal bitte dein eisenschwert wieso ich möchte mich reparieren hier hier aber dann hab ich keine waffe mehr die ist für die endermen jagd für die endermen jagd damit ich mir endermen trauen und blazes hä hä wo ist der äh wo ist der äh ding sin wer wo ist der endermen ach da hä was mach ich ich geh einfach zur schmiede lol torsten warte ich geh kurz zur schmiede und mach das da weil da ist günstiger aber wir müssen echt diese wege nochmal schöner machen ne ist echt ja ich warte kurz ich mach ich ich arbeite jetzt an meiner farm weiter an welcher farm eisen achso hä du hast eine eigene in diesem farm nein für ich brauch dafür eisen aha ich brauch viel eisen ich brauch viel eisen ich hab keine eisen farm wir fehlen jetzt ernsthaft zwei eisen pfff ich hab keine eisen bevor du fragst und wenn würde ich es dir nicht geben wieso weil du die ganze zeit fünf sechs eisen bei dir hast und dann fragst du mich einmal wenn ich einmal was hab dann fragst du mich direkt ja weil ich grad kann da nicht es ist voll oh cool jetzt hast du und was willst du jetzt damit machen jetzt hab ich mehr lava warum schwebt da ein zaun max was guck mal hier ein individueller hallo komm doch hallo alter was ich boxe gegen die wand damit das feuer sich nicht ausbreitet bist du komplett behindert bist du komplett behindert wieso alter danke gut gut wo bauen wir das never portal hin keine ahnung ich würde das hier als tor machen als tor so groß ja halt noch ein block oben drüber ja so mein ich halt dann werden wir noch etwas länger brauchen ach ne 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 passt schon warte lava muss über wasser fließen ne äh platziere du einfach die lava du machst jetzt nichts ok ok kein kommentar jetzt haben wir ein lava einmal gepostet ja willi ja in ernst weil du einen weggespielt hast hä ich hab gar nicht was lava hast du du hast einen weggespielt äh nein du hast einen mit dirt überflutet hä äh stimmt doch ja das war der eine den du als blöde trap geplast hast ja by the way ich hab jetzt den milcheimer ach digger welche kuh musst du dafür leiden die die mir am nächsten war by the way packst du hier oben jetzt auch mal lava rein äh würde ich ja gerne machen aber ich hab auch noch gar kein keil 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 ich hab noch gar kein kessel ja dann mach die doch ein ich brauch dafür noch zwei eisen ach dann hol doch dann geh farm ich kann nicht einfach so jetzt farm gehen ja doch ich guck ob die in der schmiede noch lava haben und ich bin auch eh krass ja also in der schmiede sind noch zwei lava das weiß ich ne da hab ich dich auch schon eingeholt junge really wie ja so gierig bist du ja so ein gieriger kleiner sack ja alter oh kara du wolltest unbedingt nennen wer ist denn kara kara hat dir einen snap geschickt direkt mal angucken hier ernsthaft jetzt just for fun schick mal so ein jogginghoseherz what the fuck just for fun schick mal so ein jogginghosenherz just äh just for fun schick mal so ein jogginghosenherz ha 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 what the fuck was zum teufel ist ein jogginghosenherz hab ich mich auch gefragt vielleicht könnt ihr uns die kommentare beantworten was ein scheiß jogginghosenherz ist das ist ein max das video kommt vielleicht erst in 80 jahren raus wieso aber wir bringen das schon synchron raus ne nein äh oh ich will dieses video noch vor 2 million jahren posten ach so na dann also ich hab schon vor 3 million jahren gepostet nein du hast noch gar nicht gepostet du lädst nie videos hoch ja doch du siehst das halt noch nicht weil ich dich auf youtube blockiert hab ja ich bin hab ein teilrecht in deinem account mittlerweile du bist in meinem du bist in meinem geniutsu what the fuck ne digga ich hab ich bin hier das sharingan ich bin hier mein körper und das sharingans mittlerweile ehh du bist dann so eklass ne ich bin nicht dann so der hat nur zu viele der hat nur einen augen fetisch what the fuck der hat sich ganz viele augen auf seinen arm geklebt ey äh ja und der hat dann eins auge rausgerissen und hat sich ein anderes angesteckt und dann noch komplett den arm voll äh soll ich jetzt eigentlich nochmal ein äh dings holen ein villager weil ich hab noch ein brot ne ein villager gerne oder sollen wir nicht über 2 villager zur paarung zwingen hast du brote äh du brauchst brot du brauchst ne menge brot ich hab brot ich hab brot okay gut dann können wir das gerne machen aber wenn ich wüsste wo villager wären weil hier sind wir äh doch hier ist einer vor hier ist einer unserer bude wow ich halte ihn hier fest komm schnell her ich komm mal ich halte sie grad hier fest komm mal pack du ihn in den boot lass ihn los so hab ihn weg komm schon ich bin rein ja wo ist er hier hier ist ah hab ihn max max ich habe ihn ja geil hab ihn du musst hier du musst mir hier freimachen max und ich brauch essen ich brauch wirklich sofort essen junge ja warte hier 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 steaks ich hab dir da was hingehabt danke bitteschön geil steak ne ich würd eher sagen dass wir den anderen raus bringen oder nein wir brauchen jeden bildscher den wir haben für unsere ja aber die machen wir die paarung drinne wollen wir wirklich dass die bei uns ja die ja die müssen dreckig machen weißt du so schmutzig ok den park ich einfach mal nebendran ne jo und dann machst du die wand da wieder hin wo hast du die wand da wieder hin hier an dieser wo du weg gemacht hast wegen der tür blöcke ich hab die blöcke dazu nicht du hast die eingesammelt du hast die doch äh 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 wann baust du eigentlich mal deinen stockwerk weiter oder ist es schon fertig es ist halbwegs fertig ich brauch nur noch ein bisschen kohle und auch ein paar andere sachen junge du hast ne 5 6 block hohe wand 5 block und ich muss da unten mit meinen mit meinen drei blöcken zufrieden sein hahaha ja nix hahaha ne du kannst ja auch oben bei mir pennen nein oder du kommst mit mir aufs dach dach klingt doch schon besser dach da bin ich gerade dabei ein fernsehen zu bauen ich hab da schon eine chill ecke gebaut mit couch guck da ist da ist die couch und da werde ich ein fernsehen bauen ok bitteschön eigentlich hab ich gedacht mit kohle blöcken weil schwarze wurde ist zu wertvoll ich wollte dir einfach nur eine schwarze wolle gönnen und du lehnst mich ab ich hab's nicht abgenommen ich hab gesagt die ist zu wertvoll dafür weil es meine schwarze wolle ist ne ja ich hab einen bienenstock gefunden ach cool noch einer war aber keine biene drin was jetzt menschen die niesen sind ekelhaft ich muss grad mit nem ich muss grad ein skelett mit der hand zusammenschlagen weil ich keine waffe hab max wann machst du eigentlich mal den künstlichen bienenstock ich mein wir haben so viel vor aber keiner von uns macht irgendwie was doch ich bin grad hier am eisenfarmen dabei ja schön max aber ich hab keine scheiß waffe ja dann lass schlafen dann lass erstmal schlafen bis morgen dann können wir erst ich brauch endlich ein eisenschwert wieder manu ja ich hab meins mach dir doch ein kohleschwert hahaha oder mach dir ein goldschwert goldschwert ist scheiße digga kurz was trinken und wasser digga let's go du weißt dass es ein schwert scheiße ist warte ich hab ich hab ganz viel brot für paarungen ja dafür müssen wir aber frei rumlaufen können dann brauchen wir ne eisentür ne dann brauchen wir nen keller wir brauchen dringend nen keller junge wir brauchen nen keller manu ja dann warte 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 also ich bin nicht der kellerbeauftragte ja ich weiß ich bin das was willst du hey schlag mich doch nicht was willst du hier oben was willst du was willst du was willst du ich will ein worte immer dir von hier oben machen ok auch vom esel also du hast dich mal gesehen ich guck auf dein test stream nein du musst das privat sehen du musst das genau vor deiner nase sehen vor deinem monitor guck wo ist das hier hab's gesehen wo ist endlich der gute torsten hin max wo ist torsten wo ist torsten max was hast du mit torsten gemacht wo ist torsten ich hab nichts mit torsten gemacht wo ist torsten oder ich schneid ich schneid dir ein finger nach dem anderen ab manu ich schneid dir ein finger nach dem anderen ab manu hallo ich muss gleich auf machen weil es schon spät ist und morgen schule weißt du auch wir haben 23 uhr ja du darfst doch wach sein ja gerne als ob als ob du spät noch online sein darfst wenn du morgen schule hast immer ich nicht ich schon ich darf maximal 8 uhr muss ich ausmachen wenn ich morgen schule hab ich bin ja auch nicht du also gut spielen wir morgen dann weiter wer sagt ich max ich hab gesagt ich muss gleich auf ja gleich ist nicht jetzt ich brauch blumen max wir haben mehr als genug blumen in der kiste rote rote brauchst du blumen scheiße achso ey manu hör auf ok denkst du ich seh das nicht oder was ja das denk ich ich seh alles wenn du nicht gleich aufhörst manu bring ich einfach die Bienen nur um vor allem ich hab halt nur noch ein halbes Herz ne hörst du auf ich pickaxe dich digga pickaxe hallo ich warte dir wenn du dir mein Wasser snackst du kleine Missgeburt manu hm was hast du hier manu nein ich hab dir Wasser wiedergegeben Alter bist du komplett behindert Alter Alter hey wo ist der Typ bin achso wie sie zu weit in einem Boot läuft ja das war doch mein Ziel der Aktion hast du dich geteckt oder was ja ganz genau das war nicht zufällig ohne dass du es belegt hast ne natürlich war das das Max schaust du auf hast du grad hast du grad wirklich die Kiste geworterlockt jetzt ist sie gegen kühl vermuten alter wie dumm muss man sein äh hast du grad wirklich die Kiste geworterlockt ja wieso warte wie macht man nochmal Co äh wie macht man nochmal Dings Obsidian du brauchst Lava ja aber muss man Lava auf Wasser schütten oder Wasser du musst Lava platzieren und dann Wasser drüber fließen lassen du lass es sich direkt rein platzieren ok aber wieso brauchst du das denn nur so was machst du keine Ahnung Langeweile du könntest mir auch einfach helfen könnte ich aber keine Lust sorry weil ich mach jetzt das was du schon die ganze Zeit haben wolltest und was die Bienen wow wer sagt denn dass ich das die ganze Zeit haben wollte du nein doch ich hab nie was gesagt Max hier links 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 äh zurück ich hab die Leine vergessen alter bist du komplett geistig wieso ja kannst du kurz die Leine holen danke nein ich bin gerade beschäftigt gut dann kann ich dir nicht versprechen dass alle Bienen überleben werden ok wir haben ja so oder so genug äh Bienenester hier rundherum die hat schon abgebaut oh wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee WTF war das chihehiji die stretchen mich nicht ne nur dich ja das ist Euer Ziel ich renn zur Basis ich helf euch ich helf den Bienen ich helf den Bienen doch nicht ich helf den Bienen doch nicht benutzt du gerade dein gutes Looting Schwert für mich jo dann bekommst du meine Items doppelt Funktioniert das? Kommen die Bienen? Äh, warte. Ja, ne, doch nicht. Die schweben jetzt dahin und einfach geschickt rum. Junge, jetzt muss ich die Bienen wieder zu mir locken. Die haben sich abgeregt. Die haben sich abgeregt, die Bienen. Du musst sie schlagen. Es tut mir so leid für die Bienen, aber... Die sind ja nur so ein Schwein vor so zwei Bienen weglaufen. Warte, warte da, warte da, warte da. Seit jetzt sind die hier ganz gechillt. Hi. Was belästigt ihr mich jetzt? Gucke mal. Die ist auf die Fresse geflogen. Wie du da nur so am Fenster stehst. Oh, ich glaub, die will oben rein. Warte, was? Die ist oben drinnen. Die ist oben drinnen. Aber sie haben sich abgeregt, Marc. Sie haben sich abgeregt. Habe ich bemerkt, aber... Hallo, Sumse. Oh, scheiße. Sumse. Die ist oben drinnen. Gut, das Gute ist... Guck mal. Ja, die erste ist drinnen. Hast du grad ernsthaft das alles hier geflutet? Nö. Keine Sorge. Die erste ist drinnen. Die erste ist schon drinnen. Und zweit ist drinnen. Ja. Aber du weißt schon, dass hier sechs Bienen rein können, ne? Insgesamt. Ja. Okay. Max, ich würd dann sagen, ich beende an der Stelle meine Folge. Nimmst du noch weiter auf? Ohne mich? Ja. Ja. Okay. Dann, Leute, schaut bei Max vorbei, um den Rest einfach zu sehen. Bei ihm, na? Bei Gust. Max. Ja? Ja? Mach doch mal den Computer auf und guck es runter. Okay. Okay, Nevermind. Du nimmst anscheinend doch nicht weiter auf. Okay, Max. Komm, mach einmal noch, okay? Was? Einfach das Minispiel. Komm schon. Hey, ich hab nur mit dir Minispiel gespielt. Du hast mich geschlagen. Das war das Minispiel. Okay, Max. Ich würd einfach mal sagen, das war's mit der Folge, ne? Äh, geil. Ich werd direkt rausgekriegt. Okay, gut. Dann, tschau, Leute. Und... Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Chewie, oh. Bis morgen. Chewie, oh. 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 Fabian. Ach, ach, was hier her? Chewie, oh.